Mein Name ist Markus Berlinski, ich bin Inhaber von dem Modellbau und Lokschuppen Berlinski. Also für uns lohnt sich die Teilnahme der Intermodellbau, ist es für uns auch eine Werbung, eine Neukundengewinnung. Es sind auch Direktverkäufe, auch da spielt für uns eine Rolle halt, das ist ganz klar. Die Intermodellbau ist natürlich eine Messe mit einer sehr langen Tradition und mit einem sehr, sehr guten Ruf. Natürlich hat sich das Messegeschehen im Laufe der Jahre ein wenig gewandelt. Trotz alledem ist die Intermodellbau doch eine feste Institution geblieben und man bekommt wirklich vom Kundenklientel, man hat eine Kundenklientel aus allen Bereichen hier und vor allen Dingen auch aus ganz Europa. Wir werden auf alle Fälle nächstes Jahr wieder auch an der Intermodellbau teilnehmen, weil es ist natürlich, wir haben eine Auszeit gehabt durch Corona, das weiß jeder, das ist gar keine Frage. Wir waren sehr, sehr skeptisch, Mensch, wie geht es jetzt nach der Corona-Zeit weiter? Wir werden Messen angenommen, aber wir sind ja wirklich positiv überrascht über die gute Resonanz hier und aufgrund dessen stellt sich die Frage gar nicht. Also wir nehmen seit 28 Jahren hier teil und werden natürlich dann auch in Zukunft wieder teilnehmen.